Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute Annette Müller hier. Sie kennen sie bestimmt schon. Sie hat wirklich die Heiler ausgebildet. Schon seit fast 20 Jahren begleitet sie Menschen auf diesem Weg und sogar auch über die Grenzen. Es werden wirklich in großen Gruppen in Mexiko, Sri Lanka Menschen geholfen, die ja auch kein Geld haben, unter Schmerzen leiden. Und über diese wundervollen Projekte sprechen wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Annette. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Corinna. Es freut mich sehr, dass ich heute über mein Herzensprojekt Heiler ohne Grenzen sprechen kann. Das ist auch wirklich was ganz Besonderes. Ich finde es sowieso faszinierend, weil man ja immer dieses Heiler, da denkt man, das ist jetzt irgendjemand Verstaubtes, der sich kein, weißt du was ich meine? Das ist halt so ein Bild. Und du bist wirklich auch eine Frau, die so viel bewegt hat, Unternehmerin, die erste Klinik eröffnet hat in Deutschland und dann die ganzen Heiler-Ausbildungen, dann wirklich diese Riesenprojekte managt. Da gehört ja auch einfach eine unglaubliche Power dazu. Oder die Klinik am Lago Maggiore jetzt, oder? Auch noch, ja. Unglaublich. Also ich bin wirklich immer fasziniert. Umso schöner, wenn du uns heute mal berichtest, was jetzt eigentlich gerade so läuft. Weil es gab ja auch ein bisschen Break durch die letzten zwei, drei Jahre. Also der Break war natürlich, wie wir alle wissen, März 2020. Ich kam gerade aus Sri Lanka zurück und hatte dort eben Heiler ohne Grenzen vorbereitet für den Januar 2021. Es haben sich schon ganz viele angemeldet gehabt und dann war eben der lange Break da und jetzt können wir sozusagen wieder loslegen. Heiler ohne Grenzen ist ein karitatives Projekt unserer Heilerschule, wo also Heiler in Ausbildung, also auch die, die gerade angefangen haben oder die schon fertig sind, dann eben auf eigene Kosten in die fernen Länder reisen als Gruppe, um dort eben gemeinschaftlich Menschen dieses wunderbare Heilwissen und diese Heiltechnik zugutekommen zu lassen, die ansonsten überhaupt nie eine Chance hätten, auf diese Weise Hilfe zu finden. Es ist ein sehr spannendes Projekt, was eben entstanden ist dadurch, dass eine Frau aus Indien an der englischen Ausbildung teilgenommen hat. Und die hat dann gesagt, wow, lass uns mal zwei, drei Leute nach Indien reisen, dort eben den armen Menschen helfen. Ich sagte, ja cool, das machen wir. Und dann habe ich ein E-Mail geschickt. Wer hat Lust, irgendwann einmal mit uns da hinzufahren? Und dann kamen dann zurück, zack, 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 innerhalb von vier Tagen 50 Leute, die gesagt haben, ich möchte da mit dabei sein. Und dann haben wir tatsächlich 2018 das erste Projekt verwirklichen können in Pondicherry in Indien mit 33 Heilern. Und wir haben eben auch in Indien mit 33 Heilern, wir haben über 320 Heil-Sessions gegeben. Wir haben ganz viele Studienbücher ausgefüllt. Da war eben auch Dr. Cordelia Schott, die Studienleiterin. Die Studie ist ausgewertet worden an der Uni in Essen, ist aber noch nicht veröffentlicht. Und dann haben wir gesagt, wir möchten das unbedingt nochmal machen. Dann haben wir 2020 das nächste Projekt gehabt. Da waren wir nicht 33, sondern 45. Da war ich dann mutiger. Da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt mehr mitnehmen. 150 sind auf der Liste. Wen nimmst du mit? Also das ist dann eben, je nachdem, wie die Anmeldung reinkommt, der hat dann natürlich Vorrang. Wer zuerst sich angemeldet hat, der darf dann auch zuerst mit. Und ja, ich könnte auch mit 150 fahren, aber da weiß ich dann nicht, ob ich das tatsächlich bewältigen kann. Weil du musst ja dafür dann eben auch die Hotels mieten. Du brauchst Busse, du brauchst die vielen Ligen, die eben die Heiler dann eben brauchen. Riesengroßen Raum. Also Esperanten, Patienten, Klienten hast du genug. Die stehen Schlange. Es spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Die Leute sind dann gekommen in Indien, sind eingeflogen aus Delhi. Sie kamen aus Kalkutta, angereist nach Pondicherry. Und dann ganz zum Schluss, als das Camp zu Ende war, dann hatten wir eine ganze Traube von Menschen, wo wir sagen mussten, wir kommen wieder, was dann aber leider nicht möglich war. Aufgrund des Lockdowns weltweit. Ich bin dann von Pondicherry 2020 nach Sri Lanka gereist, um eben in Sri Lanka das nächste Camp vorzubereiten. Wir wollten also Indien und Sri Lanka im Anschluss machen. Also zuerst Sri Lanka und dann nach Indien, weil die eben alle wirklich gewartet haben. Darauf kommt wieder. Wir haben wunderbare Heilergebnisse dort gehabt. Also es ist so herzerwärmend zu sehen, was wir dort an Hilfe bringen konnten. Ich glaube, das berühmteste oder das, was sich am weitesten verbreitet hat, war der junge Mann, dem der Arm hätte amputiert werden sollen, weil der ja gelähmt war. Der Arm, nicht der junge Mann, und der bei der ersten Heil-Session wieder lebendig wurde und der dann diesen Arm wieder benutzen konnte. Also es war wirklich unglaublich. Also das ganze Leben von dem Menschen hat sich verändert. Es ist natürlich auch ein riesen emotionaler Einschnitt für diejenigen, die diese Heilung bewirkt haben. Es war eine Gruppe von drei Personen. Also es ist einfach so unfassbar beglückend, so etwas zu machen. Ja, ich finde es immer noch faszinierend, wie du zu dieser ganzen Fähigkeit kommst. Weil du machst auch keinen Wind irgendwie drum. So, das muss man und da muss man hier. Weißt du, dieses, was man ja auch manchmal kennt. Sondern bei dir hört sich, das kann jeder, das läuft. Ja. Das ist einfach so nach dem Motto Physik. Weißt du? Ja, das ist so. Ja. Keine Storytelling, kein irgendwas drumherum. Na ja, also meine gute, der eine Koch wird ein Star-Koch, weil er sich gut irgendwie präsentieren kann. Und der andere kann genau das Gleiche und ist dann eben kein Star-Koch, um es mal so zu sagen. Also heilen ist weniger kompliziert, als ein gutes Gericht zu machen, weil du kannst es. Wenn du es kannst, kannst du es. Und ich garantiere jedem in der Ausbildung, wer bei mir oder bei uns in die Ausbildung kommt, der kann es. Führt keinen Weg daran vorbei. Da brauchst du auch kein Talent, weil es ist in der Natur des Menschen. Also jeder, der denken kann, der kann es. Ja, also du kannst auch, wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du dann auch heilen. Weil du musst auch nicht irgendwie etwas bewegen oder manipulieren oder sonst irgendwas. Wir haben eine junge Frau in der Ausbildung gehabt, die hat den gelähmten Arm. Die kann also nur eine Hand benutzen. Geht genauso. Gar kein Problem. Aber wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen. Du hast jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Ja, das ist jetzt Mexiko. Also die Welt war ja verschlossen. Wir konnten weder nach Indien noch nach Sri Lanka. Also die Pläne waren weg. Und das war für mich also wirklich als der schlimmsten emotionalen Beeinträchtigungen, dass ich eben diese Reisen nicht machen konnte. Weil auch so viele da schon hingefiebert haben. Weil das so, also das ist schöner als Weihnachten und Oster zu sammeln. Und es war also eine herbe Enttäuschung, eben das nicht geben zu können in dieser Umgebung dann eben auch. Und Menschen, die darauf gewartet haben, kommst du wieder? Und ich habe da noch einen Opa, ich habe da noch eine Oma und meinen Enkel. Und dann die, die angereist sind, wo wir dann eben schon weg waren, weil sich das eben rumgesprochen hatte. Das tut dir natürlich in der Seele weh. Und nur über Fernheilung, das ist auch nicht das Gleiche. Das ist schon die menschliche Begegnung, die zählt da schon sehr viel. Die ist da schon sehr ausschlaggebend auch. Und dann hat sich eben herausgestellt, Mexiko ist offen. Ja, also Mexiko, keine Einreisebeschränkung. Super, jeder kann da hin. Du kannst auch ohne irgendwelche schlimmen Voraussetzungen eben dorthin reisen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir nach Mexiko. Und hier haben wir dann jetzt aus 2021 das Bild im Januar in Samigelde Allende. Eine kleine Gruppe, weil es war nur ein kleines Hotel zur Verfügung. Und wir haben dort eben dann auch, waren wir 21 Tage mit Anreise, Abreise, vielen Unternehmungen und ganz, ganz wunderbaren Heilsitzungen, die wir da gemacht haben. Und es ist natürlich auch eine Bombenstimmung. Ja, das glaube ich. Schauen wir mal das nächste Bild an. Genau, auch Männer können heilen. Da siehst du, schau, das ist die Männertruppe. Okay. Das war Pondicherry 2020. Da, wo eben 45 da waren. Und das ist die ganze Männertruppe, die eben dort auch mit wunderbaren Ergebnissen und so enthusiastisch und so glücklich gewesen ist, um eben auch dort zu heilen. Also es ist nicht nur, es ist zwar frauenlastig, aber du siehst, da gibt es auch sehr viele Männer. Ja, da hattest du ja auch schon der eine oder andere mit im Interview. Genau. Ja. Hier sehen wir uns jetzt nochmal. Das war im August 2021 in Mexiko. Auch wieder eine kleine Gruppe. Da waren dann jetzt nur Frauen dabei. Und da hatten wir auch wieder eine richtig tolle Zeit. Also. Schön. Genau. Die Frauen, die jetzt da so dabei sind, die haben die jetzt alle die Ausbildung abgeschlossen. Sind da welche Schüler? Oder vielleicht auch so ein bisschen aus welchem Berufsbild kommen die? Die haben ganz links, haben wir Carolin aus der Schweiz. Die unterrichtet mittlerweile an der Heilerschule Ecole Sanesprit. Was sie jetzt beruflich macht, das weiß ich nicht. Anke Marie war schon hier im Interview. Die ist auch Dozentin an der Heilerschule. Und die hat, die ist Rentnerin. Die hat also quasi, die hat ja mit 70 erst die Ausbildung gemacht. Die hat mit 70 erst die Ausbildung gemacht. Ja, so genial. Und jetzt sieht sie aus wie 40. Das ist schon der Hammer, ne? Ja, das finde ich echt der Hammer. Ich habe gerade auch gedacht, hey, unglaublich. Die nächste Dame, jetzt weiß ich es, glaube ich, Lea, ich kann es jetzt nicht so genau erkennen. Es ist sehr klein. Aber so alle aus dem Leben. Also wirklich aus dem Leben. Nehmen wir auch eine Tanztherapeutin dabei, eine Lehrerin, eine Finanzverwalterin. Wer ist denn da jetzt dahinter mir? Also ich kann es leider jetzt nicht erkennen. Aber ja, das finde ich halt immer noch auch das Schöne. Alle Berufszeuge, ja genau. Keine Grenzen. Das ist Indien wieder. Das war auch die große Gruppe. Da haben wir, dann siehst du auch die Männer dabei. Da haben wir gerade einen Ausflug gemacht. Da haben wir Tempel besichtigt. Da sind es ganz recht Jean-Marie Bottegaard, Fotograf, berühmter. Kriegst du das, machst du das alles alleine? Diese ganze Orga? Das ist unfassbar. Ja, ich mache die Orga alleine, ja. Aber du lernst auch immer so spannende Menschen kennen. Das ist der Hammer, ja. Also manchmal, ich gucke ja auch ein bisschen bei dir immer auf den Profi. Ja, genau. Und denke mir, unfassbar, wie als ob dich jemand so durch die Welt führt. Wie in the flow. Ja, total. Und das ist so unfassbar schön. Da kann ich also jetzt gleich dazu sagen, wie bin ich überhaupt in Mexiko gelandet. Also in Mexiko gelandet bin ich deshalb, war eine Dame, die die Ausbildung, die englische Ausbildung auf Mallorca machen wollte, nicht einreisen durfte, obwohl die Ausbildung stattfand. Und wegen dem Lockdown. Und die hat mir dann eben dieses Hotel in San Miguel de Allende vermittelt. Warum genau dieses? Weil das das einzige Hotel mit Fußbodenheizung ist. Und San Miguel de Allende ist bitterkalt im Winter. Das war ja im Januar. Wir haben ja eben einen Ersatz für den Januar gehabt, weil wir ja nicht nach Sri Lanka und auch nicht nach Indien konnten. Und wegen dieser Fußbodenheizung sind wir eben im Casa Angelitos, also im Casa der kleinen Engel gelandet. Und das ist jetzt eine permanente Einrichtung. Also wir sind jetzt, haben uns vorgenommen, jedes Jahr im August mit der kleinen Gruppe in San Miguel de Allende eben ein Heilcamp zu machen. Das nächste steht schon und das ist schon ausgebucht. Also nicht von den Menschen, die geheilt werden wollen, ausgebucht, sondern von den Heilern, die mitreisen werden. Da ist es schon ausgebucht. Genau. Schön. So kam das. Und hier eben, ich bin ja viel im Social Media unterwegs und es ist mir eben auch wichtig, mitzuteilen, was wir für Fähigkeiten haben, wir Menschen, wie großartig wir sind, dass wir eben von dieser Lüge, dass wir klein und unbedeutend und nichts und Opfer sind, wegkommen und indem wir eben die Großartigkeit erleben und erfahren, da ist eben ein Herr Paul Müller, also wir sind nicht verwandt, aber wir heißen beide Müller mit Nachnamen, auf mich zugekommen und sagte, hey Sri Lanka ist direkt gegenüber von Pondicherry, komm doch mal rüber uns besuchen. Und das habe ich natürlich nicht ernst genommen zuerst, ja klar, dann hat er sich immer wieder gemeldet und dann hat noch jemand anders aus Sri Lanka angefragt, dass wir eben dort ein Camp machen. Dann habe ich gesagt, naja, angucken kannst du dir das ja mal. Dann habe ich dann gleich am nächsten Tag den Herrn Paul Müller mit seiner Frau Jessie getroffen und das war es dann. Also da gab es dann kein Ausruhen mehr, da gab es dann keinen Strand und dann gab es auch ansonsten nichts außer, er hat die perfekte Location und dann hat er mich da hingebracht und mit anderen vernetzt und dann habe ich gesagt, ja, also diese Location in Sri Lanka, man kann sich das nicht vorstellen. Das ist in Colombo, da hat also ein Filmemacher, der sehr betucht ist, der hat also ein alten Königspalast nachgebaut, um das als Filmstudio zu verwenden und dort diesen Film Siddhartha Buddha zu drehen. Und das ist also der Königspalast, in dem Siddhartha als Kind groß geworden ist. Und das ist jetzt eine Location für Filme und für Fotografen. Da werden sehr viele Hochzeitsaufnahmen gemacht, viele Feste gefeiert. Also es ist sehr royal und sehr schön und wunderbar. Und in dieser Location findet jetzt auch dann endlich in 2024 das lang überfällige Camp in Sri Lanka statt. Also es ist unglaublich. Es ist auch schon ausgebucht. Aber schau mal, also ich habe das ja auch gesehen, wie die Menschen zu dir kommen, gell? Und zwischendrin reitest du noch auf dem Elefant. Ja. Es ist so schön, echt. Also wirklich auch so schön zu sehen, wie du auch in dem Flow bist und wie dann solche Geschenke oder Menschen auch kommen. Ja, ich fühle mich auch wirklich sehr, sehr gesegnet und freue mich dann auch immer darüber, diesen inneren Reichtum weitergeben zu können. Gibt es noch etwas Wichtiges, was du erzählen möchtest zu den Projekten? Vielleicht schauen wir uns das nächste Bild mal an. Ja. Genau, Casa Abba. Also das auch wieder ganz spontan. Wir sehen dort unten die zwei Männer. Das ist links der Leiter vom Casa Abba. Und rechts daneben ist unser Gastgeber, der Roger. Und Roger engagiert sich für die Menschen, für die Geflüchteten aus den Las Americanas, also aus Südamerika, die also diese ganz gefährliche Reise auf dem Güterzug La Bestia, also die Bestie antreten, um eben nach, in die USA zu gelangen. Und da spielen sich sehr viele Dramen ab. Die Menschen fallen runter, geraten unter den Zug, verlieren Gliedmaßen und sie werden runtergestoßen, weil sie Schutzgelder nicht bezahlen oder sonst irgendwie was. Also es ist unglaublich, was da für Schicksale dranhängen. Und da haben wir natürlich Menschen wirklich unglaublich helfen können, die eben frisch amputiert wurden, die eben an diesen amputierten Stellen wahnsinnige Schmerzen haben, die Phantomschmerzen und auch eben die Traumatisierungen. Das ist schon... Aber ist natürlich auch eine Challenge für euch, weil wir kommen ja jetzt hier aus einem... Behüteten im Feld, ja. Genau. Und dann siehst du auf einmal sowas. Wie ging es da den Heilern? Dadurch, dass du ja merkst, du bist nicht ohnmächtig, sondern du hast Mittel, ein Leid, was du nicht mehr verhindern kannst, weil es schon geschehen ist, zumindest zu lindern, hast du eine ganz andere Einstellung. Ja. Und du weißt zu schätzen, wie gut es dir selber geht. Ja. Also es ist sehr, sehr positiv. Also du bist nie in der Verzweiflung. Du bist nie in dieser Opferhaltung. Du bist nie in dem, ich kann nichts tun. Sondern ja, das Kind ist in den Boden gefallen und jetzt kannst du dich um dieses Kind kümmern. Du musst nicht zuschauen, wie es untergeht. Das ist schon... ist unbezahlbar. Echt beeindruckend. Wenn man sich da jetzt noch ein bisschen reinlesen möchte, schlau machen oder selber Heiler werden möchte, kann man sich da ein bisschen mal schlau machen, reinlesen in die Thematik. Wir haben ein Buch, Herz über das Abenteuer. Das hat Maximilian Lieschel, ein Wirtschaftsjournalist, geschrieben. Der war beim ersten Camp in Indien mit dabei als objektiver Beobachter und hat eben seine Beobachtungen aufgeschrieben. Es ist ein wunderschönes Buch, von einer ganz anderen Sicht ausgeschrieben. Also jemand, der mit Heil gar nichts zu tun hatte, völlig fremd da hineingeraten ist. Und das ist auch etwas, was ich so spannend finde, dann eben auch Menschen mitzunehmen, die eine kritische Haltung haben und sagen, ja, guck es dir erst mal an und mach dir dann ein Bild. Und ich habe das Standing zu sagen, du wirst überrascht sein. Und dann eben auch unter www.heiler-grenzen.de, also heiler-grenzen.de auf der Webseite oder dann eben über die Schule selbst, www.ecole-san-esprit.de, kann man auch schauen. Haben wir da vielleicht noch ein Bild? Ja, es ist wieder die Ausflugstour in den Tempels, natürlich auch ganz toll. Und die Gruppendynamik, die entsteht, der Zusammenhalt. Also da gibt es nach so vielen Jahren heute noch so Gruppierungen, die sich regelmäßig treffen und auch Besuche von Indern bei Menschen hier in Österreich und in Deutschland, die dann zufällig sozusagen hierher gereist sind und haben dann eben ihre Heiler besucht. Ach, schön. Das ist total schön, ja. Klasse. Haben wir noch ein Bild? Gucken wir mal weiter. Ja, ja, da sind wir in Mexiko, da sieht man so richtig, hey cool, schau an, da haben wir alle Mexiko-Hüte auf. Also, schon toll. Super, voll die Engel. Engel am Reisen. Was haben wir noch? Ja, so ist es, genau. Also, es ist natürlich riesig. Da sieht man schon, wie glücklich wir alle sind. Ja, genau. War das auch Mexiko, ja, mit den Hüten hier. Genau. Ja, schön. Super. Ja, also, da kommen noch ganz viele Bilder mit hinzu. Sri Lanka wird auch toll. Sri Lanka ist auch noch ein ganz besonderes Schmankerl mit dabei, weil wir dort auch die Ureinwohner besuchen und aufsuchen werden, weil ich da eben auch durch den Flow so einen tollen Kontakt bekommen hatte. und das wird auch sehr spannend. Wow. Die Ureinwohner. Die Vedas. Also, das sind die Aborigines von Sri Lanka, die auch eben ihre eigenen Heilmethoden haben. und da erzähle ich dann in einem anderen Interview auch eine sehr spannende Geschichte. Da freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank, Annette. Danke schön. Schön, dass du wieder da warst und weiterhin unglaublich viel Erfolg für dein Projekt. Und im Flow bist du ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Danke. Liebe Zuschauer, ja, unglaublich schöne Projekte, die unsere Gäste hier auch auf die Beine stellen und so schön, dass wir die auch präsentieren dürfen. Und ich hoffe, Sie konnten auch die ein oder anderen Impulse für sich mitnehmen, vielleicht auch mal Lust ins Ausland zu reisen oder auch eine heile Ausbildung zu machen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.